Eine Tonart wird im Rahmen der seit etwa 1600 etablierten Dur-Moll-Tonalität durch die Feststellung des Tongeschlechts und des Grundtons der verwendeten Tonleiter bestimmt. Beispiel, Tongeschlecht Dur plus Grundton D ergibt die Tonart D-Dur. Die denkbare alternative Definition über die Festlegung von Grundton und Art der verwendeten Tonleiter wäre problematisch, weil den drei verschiedenen Formen der Molltonleiter nicht drei, sondern nur eine Molltonart entspricht. Das Tongeschlecht ist also entscheidender als die Struktur der Leiter. Dies gilt jedoch nur, solange das traditionelle Dur-Moll-System nicht verlassen wird. Bezieht man zum Beispiel modale Tonleitern mit ein, ändern sich die Verhältnisse. Tonartliche Verhältnisse in Musikstücken Tonale Musikstücke stehen in einer bestimmten Tonart, der sich ihre wichtigsten Abschnitte zuordnen lassen. Mit Kompositionsmethoden wie Modulation und Rückung können die Tonarten innerhalb eines Stücks wechseln, wobei sie meist irgendwann zur Haupttonart zurückführen, sodass diese in der Regel innerhalb eines Stückes dominiert und damit seinen musikalischen Charakter mitbestimmt. Die Tonart eines Stückes kann insgesamt transponiert werden, indem ein anderer Grundton gewählt und alle Töne des Stückes im gleichen Abstand zu den Originaltönen versetzt werden, sodass ihre Intervalle zueinander und damit das Tongeschlecht unverändert bleiben. Dadurch ändert sich der wesentliche Charakter des Stückes also nicht. Transponieren ist üblich und legitim, etwa um ein Stück der Stimmlage von Sängern oder Grundstimmung von Instrumenten anzupassen. In der Kunstmusik wird jedoch zum einen seit etwa 1700 die Tonart oft ausdrücklich festgelegt und im Namen des Stücks genannt, somit ist die angegebene Tonart wesentlich für den vom Komponisten gewünschten Charakter des Stückes und damit für seine Aufführung. Andererseits werden bis zur Vorklassik unterschiedliche nicht gleichstufige Stimmungen verwendet. Im Barockzeitalter wurden zudem mehrere Abhandlungen über den jeweiligen Tonartencharakter veröffentlicht. Notation mit Vorzeichen Die übliche europäische Notation geht von den sieben Stammtönen der C-Dur-Tonleiter aus und bezeichnet alle davon abweichenden Tonstufen der gewünschten Tonart mithilfe von Versetzungszeichen. Mit der Tonart eines Stückes sind auch die darin in Relation zu C-Dur versetzten Tonstufen von vornherein festgelegt, so dass sie als Vorzeichen zu Beginn des Notensystems jeder Zeile notiert werden und damit die reguläre gleichbleibende Versetzung dieser Tonstufen für die Gesamtdauer eines Stückes oder Abschnitts markieren. In Verbindung mit dem Schlussten- und oder Schlussakkord geben diese Vorzeichen also einen Hinweis auf die Tonart, in der dieses Stück oder dieser Abschnitt stehen. Die Art und Anzahl der Vorzeichen ergibt sich aus der Entfernung der jeweiligen Tonart von der Ausgangstonart C-Dur, wie sie durch die Anordnung aller Tonarten im Quintenzirkel ersichtlich wird. Dabei bezeichnet jede Vorzeichenvariante jeweils eine Dur-Tonart und die dazugehörige parallele natürliche Moll-Tonart. Ein Stück ohne Vorzeichen kann also in C-Dur oder in N-Moll stehen, ein Stück mit einem Kreuz in G-Dur oder E-Moll, eins mit einem B in F-Dur oder D-Moll und so weiter. Eine verlässliche Entscheidung kann meist nur mit Blick auf den Schlussten getroffen werden, der fast immer mit dem Grundton identisch ist. Auch die Modi werden mithilfe von Vorzeichen notiert. Hier können bestimmte Vorzeichen jedoch je nach dem Grundton desselben Tonvorrats verschiedene Modi bezeichnen. Eine Tonleiter mit zwei Kreuzen zum Beispiel, die die Töne von D-Dur enthält, kann ausgehend vom Grundton I-E-Durisch, ausgehend vom Grundton I-A-Mix-O-Lydisch, vom Grundton G dagegen G-Lydisch sein. Andere Tonleitern als Dur-, natürliches Moll- und Kirchentonarten, etwa harmonisch Moll- oder Tonleitern aus osteuropäischer, jüdischer oder arabischer Musik, werden nicht durch reguläre Vorzeichen zu Beginn des Notensystems, sondern durch jeweils vor Einzelnoten gesetzte Versetzungs- oder Auflösungszeichen notiert. Die von den Tonstufen einer zugrunde gelegten Dur- oder Molltonleiter abweichen. Hierin spiegelt sich wieder, dass Dur und Moll in der neuzeitlichen abendländischen Musik als Regel andere Tonleiterarten als Ausnahmen betrachtet werden. In der freitonalen und atonalen Musik wird in der Regel auf eine globale Angabe von Vorzeichen am Beginn eines Stückes ganz verzichtet. Anordnung und Verwandtschaft der Dur- und Molltonarten ohne Vorzeichen C-Dur und A-Moll, Kreuz, Tonarten, G-Dur und I-Moll. Fis also ein Raute-Vorzeichen. D-Dur und H-Moll, Fis-Cis also zwei Vorzeichen und so weiter. A-Dur und Fis-Moll, Fis-Cis-Gi-S. E-Dur und Cis-Moll, Fis-Cis-Gi-S-Dis. H-Dur und G-I-S-Moll, Fis-Cis-Gi-S-Dis-Ais. Fis-Dur und Des-Moll, Fis-Cis-Gi-S-Dis-Ais-Ais. Cis-Dur und A-I-S-Moll. Fis-Cis-Gi-S-Dis-Ais-Ais-His. B-Tonarten F-Dur und D-Moll, B-B-Dur und G-Moll, B-S. S-Dur und C-Moll, B-S-A-S. As-Dur und F-Moll, B-S-A-S-Des. Des-Dur und B-Moll, B-S-A-S-Des-Gi-S. G-S-Dur und S-Moll, B-S-A-S-Des-Gi-S-Ci-S. C-E-S-Dur und A-S-Moll, B-S-A-S-Des-Gi-S-Ci-S-Fes. Um sich die Reihenfolge der Tonarten in Abhängigkeit von den Vorzeichen zu merken, gibt es Merksprüche wie die folgenden. Für Tonarten, die Raute enthalten, G-Du alter Esel, hohle Fische. Oder Tonarten, die B enthalten, fiebrige Buben essen Aspirin, deshalb gesund. Die Tonarten C-Dur, A-I-S-Moll, C-E-S-Dur, A-S-Moll mit jeweils sieben Vorzeichen werden in Kompositionen nur selten verwendet. Die Tonarten G-I-S-Dur, Des-Dur, A-I-S-Dur, Des-Moll, G-E-S-Moll und C-E-S-Moll werden normalerweise nicht verwendet, weil ihre Notation mehr als sieben Kreuze oder B-E-S erfordern würde. Stattdessen setzt man sie mithilfe der enharmonischen Verwechslung mit einer jeweils gleich klingenden, aber weniger Vorzeichen erfordernden B- oder Kreuztonart. Beispielsweise wird Cis-Dur auf diese Weise zu Des-Dur, Des-Moll zu Cis-Moll und so weiter. Auf Tasteninstrumenten sind die enharmonischen Unterschiede nicht darstellbar, so dass die Gleichsetzung der Tonarten absolut ist. Dies gilt nicht für intonierende Tonerzeuger wie Z-B-Streichinstrumente oder die menschliche Stimme. Schreibweisen Die Schreibweisen der Tonarten variieren in drei Komponenten, Groß- und oder Kleinschreibung des Tonamens mit oder ohne B-E-Strich. Groß- und oder Kleinschreibung des Tongeschlechts Die einflussreichen deutschen Wörterbücher, wie der Duden oder der Warich, empfehlen eine Schreibweise von Groß-Kleinschreibung des Tonamens mit B-E-Strich und großgeschriebenem Tongeschlecht. Beispielhaft für Dur-Ten-A-Ten-A-Dur und für Moll-Ten-A-Moll. Dabei betont die Großschreibung der Tongeschlechtsbezeichnungen, dass diese häufig substantivisch verwendet werden. Dies bedeutet eine Abkehr von der früheren Auffassung. Nach der Mann-Dur und Moll-R als nachgestellte Adjektive verstand und entsprechend vorzugsweise A-Dur und A-Moll schrieb. Die unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung der Grundtonbezeichnungen entspricht der großen Dur- und der kleinen Moll-Ten-Rs und etablierte sich als Konvention bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Vorteil dieser Konvention ist, dass man verkürzt Sonate in A, Sonate in A schreiben kann, was besonders in englischsprachigen Ländern weit verbreitet ist. Die heutige Standardschreibweise A-Dur und A-Moll wurde bereits 1911 von Arnold Schönberg in seiner Harmonielehre konsequent verwendet. Der Duden wechselte allerdings erst im verbesserten Neudruck der 14. Auflage 1958 von der vorher vertretenen Kleinschreibung zum großen Dur. Davor und daneben waren und sind jedoch auch alternative Schreibweisen im Gebrauch, wie zum Beispiel A-Dur und A-Moll. Diese Schreibweise galt vor 1958 als Standard und wurde sowohl im Duden als auch in anderen Rechtschreibwörterbüchern, wie etwa dem 1954 von Lutz Mackensen herausgegebenen Empfohlen. Auch nach der Umstellung im Duden auf die Großschreibung der Tongeschlechter wurde die alte Schreibweise noch vielfach beibehalten, so Z. B. in der Musikenzyklopädie Musik in Geschichte und Gegenwart. In der 1976 erschienenen Harmonielehre von Dieter D. Lamotte oder in einem 1996 in zweiter Auflage erschienenen Konzertführer. Der Henn-Verlag verwendet sie noch heute ganz bewusst im Sinne der Verlagstradition und sieht in der alten Schreibweise auch ein Stück Urtext. Verkörpert. A-Dur und A-Moll beispielsweise zu finden in einer um die Mitte des 20. Jahrhunderts erschienenen Ausgabe der Klavierssonaten von Mozart. A-Dur und A-Moll Diese für Dur und Moll formal identischen Bezeichnungen finden sich im Sachteil des Riemann-Musiklexikons von 1967. A-Dur und A-Moll Diese Schreibweise, welche die Groß- und Kleinschreibung der Grundtöne auch für die Tongeschlechter übernimmt, verwendet Z. B. Die Harmonielehre von Lehmacher und Schröder. Punkt. Auch heute begegnet man variierenden Schreibweisen, was verschiedene Gründe haben kann. Abgrenzung von Tonarten Obwohl der Begriff Tonart meist im oben beschriebenen strikten Sinne verwendet wird, ist er darüber hinaus auch ein umfassenderer Begriff für den harmonischen Bedeutungszusammenhang, in dem sich ein Stück bewegt. Tonarten haben keine scharfen Begrenzungen. Man könnte also nicht exakt sagen, welche Töne zu einer Tonart gehören und welche nicht. Es ist der harmonische und besonders der melodische Zusammenhang, welcher den Ausschlag gibt. Dies gilt besonders dann, wenn keine Festlegung durch eine Notenschrift vorliegt und man nach dem Gehör entscheiden muss. Obwohl sich Tonarten durch den Gebrauch ihrer Tonleitern deutlich hervorheben, tauchen in jedem anspruchsvolleren Stück auch gehäuft Töne außerhalb der Tonleitern auf, ohne dass man bereits von einem Tonartwechsel sprechen würde. Eine Tonart wird zu einem erheblichen Teil durch das Vorkommen charakteristischer Wendungen in Form von Progressionen, Melodien und Kadenzen bestimmt, die gemeinsam auf ein tonales Zentrum hinweisen, der Tonartbegriff außerhalb der Dur-Moll-Tonalität. Modale Tonleitern Seit etwa 1900 werden neben den Dur- und Moll-Tonleitern im Rückgriff auf die alten Kirchentonarten auch wieder verstärkt modale Tonleitern wie Dorisch, Lydisch unter anderem verwendet. Die mit ihrer Hilfe gebildeten Tonarten können nicht durch bloße Angabe von Tongeschlecht und Grundton gekennzeichnet werden, es sei denn, man fasst diese Tonleitern selbst als Tongeschlechter auf die zu Dur und Moll hinzutreten. Diese gelegentlich vertretene Auffassung verbietet sich jedoch, weil im System der Kirchentöne diese als Tonarten aufgefasst wurden. Während als Tongeschlechter Kantus-Dorus und Kantus-Mollis galten. Ebenso wenig wie man das harmonische Moll als ein vom natürlichen Moll unterschiedenes Tongeschlecht auffasst, kann man zum Beispiel dem Durischen, das sich vom natürlichen Moll ebenfalls nur durch einen Ton unterscheidet, ein eigenes Tongeschlecht zu billigen. Durisch und Phrygisch gehören beide dem Tongeschlecht Moll, Lydisch und Mixolydisch dem Tongeschlecht Dur an. Die Tonartbezeichnungen C-Dorisch oder D-Lydisch setzen sich also zusammen aus der Angabe des Grundtons und des verwendeten Tonleitertyps. Wobei ein kleiner Buchstabe auf Moll und ein großer Buchstabe auf Dur als Tongeschlecht hinweisen, freie Tonalität. Die um 1900 einsetzende Loslösung von der tradierten Dur-Moll-Tonalität führte nicht nur zur A-Tonalität Schönbergs und der zweiten Wiener Schule, sondern auch zu versuchen, der Tonalität eine neue Grundlage zu verschaffen. Einer dieser Versuche war die von Paul Hinde mit propagierte freie Tonalität. Hier entfällt eine Unterscheidung nach Tongeschlechtern oder diatonischen Tonleitern, weil die gesamte chromatische Tonleiter als Tonmaterial verwendet wird. Tonarten entstehen nur noch dadurch, dass sich einzelne Töne aufgrund ihrer Intervallbeziehungen gegenüber anderen Tönen sozusagen in den Vordergrund drängen und so zu tonalen Zentren werden. Eine Tonartangabe im Sinne der freien Tonalität enthält also weder den Bezug auf ein Tongeschlecht noch auf eine Tonleiter, sondern gibt lediglich den Grundton an, also statt C-Dur oder C-Moll nur noch C.